Hey Leute, in diesem Video fährst du mal, wie man bei einer Regentonne einen Wasserhahn einbauen kann und somit natürlich auch einen Auslaufhahn bzw. Überlauf bei so einem Regenfasser richtig montieren kann. Wenn du Bock da fährst, dann bleib auf jeden Fall dran. In meinem Fall habe ich eine Regentonne, bei der ich den Wasserhahn relativ weit oben als Überlauf montieren möchte. Das Ganze kann ich aber natürlich auch relativ weit unten anbringen, um zum Beispiel die Regentonne danach auf ein Podest zu stellen und dann einfach eine Gießkanne darunter zu geben. Dann würde ich für den Einbau übrigens die Regentonne doch lieber einfach etwas umkippen, denn dann geht es deutlich leichter. Zuerst einmal müssen wir natürlich die richtige Stelle für unseren Wasserhahn ermitteln und viele Regentonnen haben hierfür schon eine extra Aussparung. Bedeutet, da ist das Kunststoff einfach etwas dünner und natürlich optimal für den Wasserhahn geeignet. Wenn das bei dir nicht so ist, dann können wir natürlich auch in eine beliebige Stelle hineinbohren. Hierfür müssen wir bei meinem Modell laut Hersteller ein Loch von 34 mm bohren. Da können wir natürlich gerne auch hier vorne das Gewinde einfach nochmal nachmessen und ich persönlich würde es aber am besten mit so einem speziellen Stufenbohrer zum Beispiel machen, dass wir natürlich auch ein sauberes Loch am Ende hinbekommen. Würden wir das Ganze zum Beispiel mit einem kleineren Bohrer probieren hier auszubohren und am Ende natürlich ungefähr diese Lochgröße zu erhalten, dann kann es einfach sein, dass im schlimmsten Fall sogar die Tonne hier irgendwo einreißen würde oder wir das Loch nicht optimal hinbekommen und somit den Wasserhahn natürlich auch niemals dicht bekommen werden. Ich bohre das Ganze erstmal mit dem Akkuschrauber und gehe sicherheitshalber aber erst einmal auf 32 mm und schaue dann, ob ich nicht doch noch die größere Variante von 35 mm hier bohren sollte. Ich würde sagen, ein Ticken größer könnte es noch sein, weswegen ich auf 35 mm gehe. Jetzt passt das Gewinde wirklich super in das Loch hinein und wir sollten darauf achten, dass das Plastik von unserer Regentonne am besten zwischen zwei solchen Dichtungen später dazwischen liegt. Falls bei deinem Modell übrigens nur eine Dichtung dabei ist, dann bitte darauf achten, dass wir die Dichtung von außen hier anbringen können. In meinem Fall gebe ich jetzt auch mal die zweite Dichtung und natürlich auch die Überwurfmutter hier drauf und schaue, dass das Ganze im Uhrzeigersinn anpackt und kann es auch schon mal grob per Hand festdrehen. Dabei natürlich auch schon darauf achten, dass mein Hahn hier vorne in etwa gerade liegt. Und dass es am Ende relativ sicher dicht ist, würde ich mal noch mit einer entsprechenden Zange die Verschraubung natürlich mit Gefühl etwas stärker anziehen. Bei mir war noch so ein kleines Sieb mit dabei, was ich jetzt einfach mal noch aufdrehe, dass nicht so viel Dreck später durch den Wasserhahn hindurch geht und jetzt sollten wir am besten mal diesen ganz einfach schließen, die Regentonne komplett mit Wasser füllen, dass der Wasserstand auch über diese Verschraubung hier drüber geht und dann können wir nämlich super sehen, ob das Ganze natürlich auch dicht ist. Hierbei natürlich auch von außen kontrollieren und bei mir steht das Ganze jetzt drin, weswegen ich es nicht machen werde und falls es dicht ist, dann können wir natürlich auch dementsprechend unseren Hahn ganz einfach öffnen und somit haben wir auch schon so einen Wasserhahn in eine Regentonne richtig eingebaut. Wenn du dir für zu Hause jetzt übrigens auch so einen Auslaufhahn, einen Stufenbohrer oder natürlich auch eine Regentonne und ein passendes Podest dafür zulegen möchtest, dann am besten einfach mal unterhalb des Videos in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Produkten auf Amazon vom Markenhersteller. Falls dir das Video gefallen und auch weiter geholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.